Der Spätsommer startet noch einmal so richtig durch. Bei Sonne und viel Blau im Himmel startet der Sonntag noch einmal einen Angriff auf die 30-Grad-Marke. Der Sonntag startet bei angehend 18 Grad mit unbedecktem Himmel. Bis um die Mittagszeit klettern die Werte bei leichter Bewölkung knapp an die 30-Grad-Marke. Der späte Abend und die Nacht bringen Regen und leichte Gewitter. Auch die neue Woche beginnt bei 25 Grad und überwiegend unbedecktem Himmel mit viel Sonne. Am Dienstag geht es bereits wieder auf 28 Grad. Ab und zu gibt es leichte Bewölkung. Der Mittwoch bringt dann wieder Sonnenschein pur bei 29 Grad.